Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft, noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der Redaktion. Hallo und herzlich willkommen zur November-Ausgabe von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Mein Name ist Ramon Kadell. Ja, wir haben es ja fast schon ein bisschen im September zu spüren bekommen, der Winter und kalte Temperaturen stehen vor der Tür und dieses Jahr soll es ja ein besonders harter Winter werden. Schuld daran natürlich die Energiekrise, Gas, Öl, Strom, alles ist teurer als je zuvor. Aber ich möchte gar nicht erst in diese unglaubliche Dramatisierung der Situation kommen. Wie wir sie ohnehin überall hören und sehen, vielmehr lohnt sich doch ein Blick auf Maßnahmen zu werfen, um trotzdem irgendwie durch die kalte Jahreszeit zu kommen, um trotzdem durchzuhalten. Meine Kollegin Irmela Schwab hat sich daher für einen Beitrag in der November-Ausgabe mal ganz genau angeschaut, was die Krise für besonders betroffene Gewerke wie beispielsweise Wäschereien, Textilreiniger oder Friseure bedeutet und wie diese trotzdem einigermaßen unbeschadet durch den Winter kommen können. Hi Irmela, bevor wir jetzt auf die einzelnen Branchen kommen, möchte ich noch kurz die allerschwierigste Frage loswerden. Hast du eine Prognose, wie hart wird der Winter wirklich? Hallo Ramon. Ja, leider ist es voraussichtlich so, der Winter wird hart. So sagt es zumindest das IFO-Institut. Den Zahlen zufolge bleibt die Stimmung der deutschen Wirtschaft recht düster. Der Geschäftsklimaindex der IFO ist leicht gesunken von 84,4 im September auf 84,3 Punkte im Oktober. Das hört sich jetzt natürlich relativ wenig an, aber gibt natürlich die Tendenz, dass der Winter leider nicht so einfach werden wird. Also gut, die Situation ist ernst, aber das ist ja auch aktuell keine große Überraschung. Wie ernst sie letztlich für die jeweiligen Betriebe werden kann, hängt ja auch stark von den Branchen ab. Warum sind denn einige Gewerke mehr gefährdet als andere? Ja, das hängt vor allen Dingen mit der Energie, mit dem Energieverbrauch zusammen, im Beispiel gerade von Metzgereien, von Bäckereien, aber auch Wäschereien. Und dann gibt es natürlich auch Gewerke, denen jetzt auf einmal die Kunden wegbrechen, weil sie halt einfach sparen müssen. Und da fürchten sich insbesondere Friseure davor, dass da, sie merken jetzt schon, also haben wir auch im Betrieb einen Friseur dabei und da ist es auch schon spürbar, dass die Kunden da jetzt sich zurückhalten und einfach den Friseurbesuch verschieben, herauszögern oder eben auch gar nicht mehr kommen. Ja, bleiben wir vielleicht mal genau eben bei den Friseuren. Wie können diese unbeschadet durch den Winter kommen, wenn, wie du sagst, die Kunden fernbleiben? Ja, es gibt einerseits die Möglichkeit, das haben wir ja schon öfters diskutiert, Energie zu sparen, indem man wirklich ganz akribisch guckt, nutze ich wirklich nur die wichtigen Räume oder heize ich die, beleuchte ich die und die anderen lasse ich eben dunkel und kalt. Dann hilft es natürlich auch, einen Thermostat zu verwenden, um da die Temperatur einfach konstant zu halten und nicht aufzudrehen, die Heizung und dann zack ist es überheizt, der Raum und das hilft auf jeden Fall, da auch ein paar Euros zu sparen. Und natürlich kann man sich kurz oder eben auch langfristig nach alternativen Energiequellen umsehen. Dann auf der anderen Seite, also gerade im Fall des Friseurs, hilft auch ein geschicktes Marketing. Miriam Plagge von Der Barbier in Aurich, die wir im Text erwähnt haben, setzt zum Beispiel verstärkt auf Social Media. Sie postet dort Bilder, aber eben auch Aktionen wie Gewinnspiele und veranstaltet gemeinsam Unternehmungen. Zumindest plant sie das, etwa an Weihnachten zusammen oder um die Weihnachtszeit rum zusammen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen mit Kunden. Das sind natürlich schöne Sachen, um die Kundenbindung zu intensivieren. Ja, bei vielen anderen Gewerken, also im Gegensatz zu den Friseuren, ist es ja eher so, dass die Kunden nach wie vor da sind, aber die Kosten einfach aus dem Ruder laufen. Welche Tipps hast du für energieintensive Handwerksbetriebe, die allmählich in die Bredouille geraten? Ja, auch hier muss man sagen, es hilft nur eines, Energiesparen, wo es nur geht. Dazu haben wir auch eine Checkliste zusammengestellt, die tatsächlich auch für alle Gewerke und für alle Unternehmen eigentlich praktikabel ist. Die reicht eben von der Umstellung auf alternative Energien beziehungsweise auch Energielieferanten. Manchmal hat ein Lieferant ja dann doch die günstigeren Preise. Das muss man halt tatsächlich gut unter die Lupe nehmen. Und dann haben wir auch noch Tipps, wie man effizienter wirtschaftet und welche Marketingmaßnahmen helfen. Also gerade Stichwort Social Media, wie es eben Frau Plage macht in Aurich. Es können allerdings auch kleine Preiserhöhungen helfen. Das ist natürlich ein bisschen unbequemes Thema, die Preise an die Kunden weiterzugeben, macht man natürlich auch ungern. Aber solange es sich im nachvollziehbaren Rahmen bewegt, verstehen das die Kunden auch, wie unsere Geschichte zeigt. Also in der Theorie klingt das alles sehr plausibel. Die Frage ist natürlich dann, wie es konkret im echten Leben umgesetzt wird. Hast du vielleicht auch hier einen Fall aus der Praxis für mich von einem energieintensiven Betrieb, der gut durch den Winter kommen will? Ja, hier haben wir uns das Gewerk Wäscherei ausgesucht, die ja gerade sehr unter den ganzen Preissteigerungen leiden. Marco Offermann von der Wäscherei Offermann in Simmerath hat da auch nicht den Königsweg im Auge. Er braucht sehr viel Gas für seine Maschinen, hat er uns erzählt und hat auch berechtigte Ängste, dass einfach sein Budget übersteigt. Er hat jetzt erst mal seinen Vertrag gekündigt mit seinem aktuellen Lieferanten, rutscht also demnächst in die Grundversorgung und überlegt allerdings auch, wie er am besten mit anderen ansässigen Betrieben kooperieren kann, die ja auch Energie beziehen und da vielleicht auch irgendwelche Vakanzen haben, die man dann einfach gut gemeinsam nutzen kann. Das sind eigentlich ganz, ganz schöne Ideen, um einfach Energie zu sparen und nachhaltig zu wirtschaften. Dann hat er auch noch die Idee, die Lieferzeiten der Wäsche unter die Lupe zu nehmen und die Fahrten etwas einzuschränken. Ja, hoffen wir, dass sich das alles ausgeht. Meine letzte Frage lautet ja immer, warum man den Beitrag unbedingt lesen sollte. Ich formuliere es mal aufgrund der aktuellen Situation ein bisschen um, in zwei Sätzen. Warum macht unser Beitrag Mut, dass der harte Winter doch noch gut zu überstehen ist? Ja, es gibt zwar, wie gesagt, nicht den Königsweg, aber viele kleine Pfade, die Betriebe gehen können, um gut durch den Winter zu kommen. Und zusammen mit den geplanten staatlichen Maßnahmen, Stichwort Gaspreisbremse, Strompreisbremse, können sie gut durch die kalte Jahreszeit kommen. Da bin ich eigentlich ganz optimistisch. Ja, dank dir, liebe Irmela, auch für diesen Mutmacher eben. Ich glaube, es ist auch wichtig, in der aktuellen Lage immer optimistisch zu bleiben. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die nächsten Wochen. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. bly 2-1-2-4-3-4-4-4-4-4-4-4-5-7-4-n-2-1-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-49-4-4-5-5-4-6-4-5-5-6-4-6-5-6-8.